Hallo der Heutzutage, Juri Wion. Heute spielen wir Fortnite. Heute habe ich eine Challenge vorbereitet. Heute dürfen wir nur mit Laserschwerten und Star Wars Sachen. Laserschwerten und die Pistolen. Let's go. Gehen wir in die Runde. Nur die Laserschwerten. Ich denke die Pistolen sind, ja nur die Laserschwerten können wir nutzen. Nur eine Runde mit Laserschwerten. Es wird cool. Let's go. Mit meinem Freund Candyman. Let's go. Manchmal sind wir gut in einer Runde, manchmal auch sehr schlecht. Manchmal sind wir in der 40. Platz oder so. Aber ich habe auch Obi-Wan Kanobi aufgehört. Und Obi-Wan Kanobi ist grün. Wo gibt es Laserschwerte? Hier gibt es Laserschwerte. Oder nein, die Waffen gibt es. Aber ich brauche einen Laserschwert. Aber ich finde, Laserschwerte, ja, es gibt ja manche Farben, glaube ich ja. Und dort kann man die Spiele wegschöpfen und manche, weiß auch nicht. Aber nur Laserschwerte dürfen wir nutzen. Let's go. Keine Waffe. Keine Waffe. Und die Waffen und Laserschwerte. Let's go. Lassen wir dort. Let's go. Und ich sage, wir holen den Sieg. Wir holen den epischen Sieg. Wie leicht von mir Lärme gesigt. Das wäre sehr cool. Ich habe Obi-Wan Kanobi. Ich habe 2.909 Barren, nicht so viel mehr. Nur Laserschwörter und natürlich Heilung, aber das wird sicher schwierig, das. Laserschwörter zu bekommen ist nicht so schwierig, aber dann mit dem umzugehen, ich kann nicht so gut mit Laserschwörtern. Heilung, ich habe gestern noch geschehen. Ah, das ist Heilung, die Heilung darf ich benutzen. Ich brauche Heilung. Wo gibt es Laserschwörter? Ja, dort, dort, das brauche ich. Nein, nimm das nicht. Nimm das nicht. Das ist meins. Ich brauche eins. Jetzt habe ich noch mehr. In Ernst. Kannst du mir das Laserschwert geben? Hallo, Fidel. Kannst du mir das Laserschwert geben? Hallo, Fidel. Kannst du mir das Laserschwert geben? Sonst habe ich keine Waffe. Okay. Gib mir das Laserschwert. Die Waffe kann ich nicht benutzen. Nur Laserschwert. Gib mir das Laserschwert. Danke. Okay. Mein Ernst. Ja, ich. Schlecht ins Kreis x 2. Sehr gut. Blut. zu tun zu tun er kann gar nicht das Lazy Chef nicht zu tun 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 uns wir haben das 2 3 2 3 2 4 4 So, jetzt habe ich ja keine Zerspannung. Mir ist ja nicht egal welche Fahrt. Ich habe Ruhe und Ruhe. Ich habe Ruhe und Ruhe. Ah, ich bin sehr gut. 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 Das war sehr, sehr cool. Ich gehe nach vorne. Ich gehe nach vorne. Oh ja. Ich sehe ein guter Kind. Das Rot ist mein Lieblingsgesetz. Der ist nicht lustig, Digger. So, jetzt bin ich wieder Fool. Fast. So, jetzt bin ich. So, jetzt bin ich. Weiß ich nicht. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Ich kann kein Laserschirm nehmen, Leute. Oh mein Gott, Digga. Das zeigt auf der Karte nicht an. Ja, ich geh halt. Ich hab ja schon einen längeren Schritt. Gegner, Gegner vor uns. Gegner vor uns. Digga. Nein, Gott. 305. Ja, das war krass. Das war nicht mein Fuß. Ich bin der Schmerz. Ich bin der Schmerz. Das war jetzt nicht mehr. Das ist super unend. Das ist unend. Das ist mein Teammate. Hä? Der Gegner ist weggegangen. So, jetzt... ich warte so. So, jetzt. Ich kann mir auch gut snipen. Leider habe ich keine Sniper. So, das war die Insel, es ist die Insel dort. Ich hab's sehr viel gehalten. Ich hab's sehr viel gehalten. Was ist das? Der Boss spägt mir auch nichts. Zerangine. Nein. Ja, warum? Nein, ich hab die Glück. Ich hab die Glück. Okay. Hat's noch einen Gegner? Ey, das rote Lichtschlitz. Lichtschlitz. Gut, finde ich. Schuss. Gut. Gativ. Schuss. Gäng mal. Gäng mal. Wie gut ist? Wie gut? Ich habe die Linge Glen. So. Okay, ich gehe schnell jetzt in die Kursch. Okay, ich gehe jetzt in die Kursch. Mit dem roten Lichtschwert kann man sehr gut gehen. So. 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 Was ist jetzt zu tun? Ich kann mir da nicht weg. Oh mein Gott. Okay. Die Zone geht hier ja dorthin. Es ist komisch, wenn sie hinten geht. Ich mache, ich passe auf. Es sind noch, noch drei Gegner sind unterwegs. Ich passe sehr auf. Ich würde die Bonne wirklich nicht kaputt machen. Aber es sind noch drei Gegner übrig. Dort vorne ich gehe nicht in den Kampf. Ich würde nicht in den Kampf gehen. Ich kann nicht mehr. Weil dann sterben sie. Jetzt sind nur noch zwei Gegner unterwegs. Und gegen die können kämpfen. Ich sage es euch. Aber ich würde kämpfen bis am Schluss. Ich meine, ich habe noch 70. Ich will nicht angreifen. Ich will nicht angreifen. Noch zwei. Die kommt sicher von der Seite oder so. Die Zone ist dort hinten. Die kommt sicher von der Seite oder so. Wo kommen die? Ich weiß nicht, ob die kommen. Vielleicht kämpfen sie. Doch ich warte. Wenn die Zone kommt. Ich gehe in die Zone. Ich gehe in die Zone. Langsam, langsam. Dass sie uns nicht schreiben können. Ich gehe unter jeden Baum. Dort sind sie. Dort sind sie. Ich gehe aus 3 HP. Nein, der zweite Platz mit 34 HP belebt, aber das war so eine gute Runde, finde ich. Das war eine gute Runde, ich sag's euch, aber wir haben fast 34 HP, ich habe 3 HP gehabt, das war eine gute Runde, das finde ich auch, es war eine gute Runde, wir haben auch einen Level Up gemacht, nein, wir haben nicht, fast einen Level Up gemacht, 170, aber das war's in diesem Video, wenn ihr euch gefallen habt, lasst ein Like und ein Abo da, okay, tschüss, tschau.